Hallo, im folgenden Video sehen wir den Unterschied zwischen dir, Dativ, und dich, Akkusativ. Zuerst die Sätze. Ich melde mich bei ... Ich rufe ... an Ich telefoniere mit ... Ich schreibe ... zurück Ich antworte ... und Ich höre ... in den nächsten Tagen. Ich melde mich bei dir, Dativ, bei plus Dativ. Ich rufe dich an, Akkusativ, Anrufen plus Akkusativ. Ich telefoniere mit dir, mit plus Dativ. Ich schreibe dir zurück, Zurückschreiben plus Dativ. Ich antworte dir, Antworten plus Dativ. Ich höre dich in den nächsten Tagen. Ich höre dich, Akkusativ steht hier mit Hören. Ich melde mich bei dir, ich rufe dich an, ich telefoniere mit dir, ich schreibe dir zurück, ich antworte dir, und ich höre dich in den nächsten Tagen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es, und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung. Und jetzt die Wiederholung. Und jetzt die Wiederholung. Vielen Dank.